Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Du Geis, ich hab gehört, du übernimmst jeden Fall. Also, ich brauche ein extrem geschmackvolles und cleveres Commander Deck, aber es darf nicht viel kosten. Dies ist ein spezial gelagerter Sonderfall und ich weiß auch schon, wer ihn lösen wird. Ich hole mir heute Hilfe vom ersten Detektiv Justus Jonas, dem zweiten Detektiv Peter Shaw und verantwortlich für Recherchen, äh, Recherchen und Archiv ist Bob Andrews. Heute stelle ich euch mein 3 Fragezeichen Commander Deck vor. Los geht's! Uh, Martin, es ist fertig. Ich hab so lange dran gebastelt und heute kann ich's vorstellen. Mein 3 Fragezeichen Deck. Und für mich ist es auch noch sehr, sehr neu, denn ich hab's auch noch gar nicht so richtig in Aktion gesehen, obwohl ich's ja bestellt habe, wie ich am Anfang erzählt hab. Hast du schon bestellt? Na doch, einmal hast du dagegen gespielt. Ja. Und ich hab's aber selber erst 3-4 Mal gespielt oder so und ich baue natürlich auch permanent irgendwie was um, aber so wie's jetzt ist, gefällt's mir schon ganz gut und so ist es ein cooler erster, vielleicht sogar mittlerweile zweiter Entwurf, den, was mir einfach riesen Spaß macht, den zu optimieren und ich werde heute ganz, ganz viel darüber sprechen, ähm, wie ich das Deck gebaut habe, was das Deck soll und was es uns über die 3 Fragezeichen erzählt und warum überhaupt 3 Fragezeichen und so weiter. Ich freu mich schon total drauf, bin ein bisschen aufgeregt, sowas haben wir bei Tasty MTG ja noch nicht gemacht. quasi ein Deck-Tag, ähm, und es wird natürlich ein, ein super tasty Deck-Tag sein. Aber davor, machen wir noch eine kleine Vorspeise und dann steigst du ein mit deinem Deck. Genau. Zur Vorspeise, ähm, gibt's einen Protein-Milch-Shake, ähm, denn, und hier das kleine erste 3 Fragezeichen-Fun-Fact, der arme Justus, dem ja bescheinigt wird, dass er ein bisschen fülliger sein soll, der muss ja permanent Diäten machen oder hat er zumindest eine Zeit lang getan und den Protein-Milch-Shake, den hat er tatsächlich in der Folge 50. der verschwundene Filmstar zu sich nehmen müssen und den nehmen wir mal als kleinen Appetizer, als Vorspeise. Dieser arme Justus, ne, der hat echt in ein paar aufeinanderfolgenden Folgen, soweit ich das recherchieren konnte, ich hab jetzt nicht nochmal alle Folgen durchgehört, aber in so Folgen 47, 50, 51, 52, 55 hat er so Diäten gemacht und es gab überdurchschnittlich viele Witze, die er auf sein Gewicht angespielt haben und dann verschwand das meines Erachtens nach so ziemlich komplett, was ganz okay ist, ähm, es kommt, es kommt hier und da nochmal wieder raus, dass er nicht der sportlichste ist oder so, aber, ähm, er muss zumindest nicht so Sachen machen wie die Energie-Diät oder die Butterbrot-Methode anwenden, ja, oder in einer Folge macht er auch einfach FDH, hahaha, ähm, ja, genau. Wer hat ihm die denn verschrieben immer? Das hat er selber gemacht, glaube ich, meistens, aber ich, ich bin drei Fragezeichen Fan, aber ich bin jetzt auch nicht der Mega-Experte. Es gibt ja Leute, die, ja, sowas wie ein grafisches Gedächtnis haben, was bei Hörspielen einem nicht so viel bringt, aber sich sehr, sehr viele solche kleinen Details merken können und die auch irgendwie so statistisch zusammenfassen können, so krass bin ich nicht drauf, aber, ähm, ich hab alle Folgen auf Kassette und bin ein riesengroßer Fan nach wie vor. Wir unterhalten uns gleich noch ein bisschen über die drei Fragezeichen und unsere persönliche Verbindung dazu. In der Vorspeise wollten wir jetzt ganz kurz drauf eingehen, wie man denn überhaupt so ein Commander-Deck oder ein Deck überhaupt plant, äh, strukturiert, ähm, und zwar welches Tool man dazu benutzt und welches Werkzeug, denn, äh, ihr habt vielleicht alle auch zu Hause, so wie ich und Geis auch, eine große Sammlung an Magic-Karten, vielleicht auch eine große Sammlung an Decks, die in irgendwelchen Boxen zusammenliegen und hab dann das Problem, wie weiß man denn jetzt, welche Karten hab ich schon, welche Karten brauche ich noch, wo sind diese Karten überhaupt, hatte ich nicht mal noch, doch noch den schwarzen Lotus, in welchem Deck ist der denn gelandet? Ja, so geht's mir auch. Und, ähm, ich kann dir verraten, Geis, ich hab sehr viele, ich hab sehr viele Tools durchprobiert und bin immer noch nicht so richtig glücklich und kurz vor der Sendung hast du mir jetzt aber eins empfohlen, über das wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Na, ich hab jetzt für das Drei-Frage-Zeichen-Deck hab ich Archidekt genommen und find es ganz okay, hab aber jetzt auch nicht so die krasse Expertise. Was für Tools hast du denn alle schon ausprobiert? Also ich habe angefangen, und das hab ich auch sehr lange benutzt, tapped out, weil's eben den Vorteil hatte, ich kann meine Sammlung dort verwalten und kann die Karten hinzufügen und auch einstellen, welche Sprache hab ich von der Karte, aus welchem Set ist die Karte. Und der sehr große Bonus für mich war, ich konnte mir Decks anlegen und durch ein Icon in meinem Inventar konnte ich sehen, welche Karte ist in welchem Deck und konnte auch vergleichen, wenn ich ein Deck plane, wo ist die Karte, also hab ich diese Karte überhaupt schon im Inventar. Und irgendwann ist diese Funktionierung rausgefallen, weil da irgendwas im Hintergrund umgeändert wurde. Ich glaub, das ist auch nur ein Typ, der das macht und der hat, der kommt auch nicht so richtig hinterher und die Seite sieht immer noch so aus wie aus den 90ern. Oh ja. Und die ist so ein bisschen furchtbar geworden und ich bin jetzt in der Pandemie auf die Suche gegangen nach einer Alternative, hab mir natürlich immer gewünscht, dass Cryfall das endlich mal anbietet, weil die einfach die beste Ausgangsbasis haben, finde ich. Vom Look and Feel, von der Funktionalität, von der Schnittstelle, die sie angebunden haben. Soweit sind die aber noch nicht. Man kann da sich Decks bauen, aber nicht mit irgendwas vergleichen, was man selber besitzt. Bin jetzt bei Deckbox gelandet und wage jetzt aber noch nicht den Schritt oder hab ihn bislang noch nicht gewagt, die ganze Sammlung umzuziehen, weil natürlich die Formate auch nicht so richtig zueinander passen von den einzelnen Tools. Man muss sich dann eine CSV-Datei exportieren, dann muss man die nur noch ein bisschen anpassen, weil jedes Tool ein bisschen was anderes erwartet. Und den Schritt hab ich jetzt noch nicht gemacht, aber nachdem du mir jetzt gerade Architekt gezeigt hast, dass eben diese Funktionalität auch kann, also ein Inventar verwalten und zeigen, welche Karte in welchem Deck ist, bin ich doch ganz angetan und überlege, diesen Schritt zu tun. Wie bist du denn auf Architekt aufmerksam geworden? Ich hab gegoogelt tatsächlich. Ich hab ein bisschen unserer Playgroup gefragt und hab jetzt keine entschlossene Antwort gehört, das ist das geilste Tool. Sondern jeder hat so ein bisschen ausprobiert und nutzt die Sachen wahrscheinlich auch nicht sehr intensiv, weil wenn du dir sowas online oder digital anlegst, musst du es ja auch irgendwie pflegen. Wenn ich eine Karte aus einem Deck wechsle, muss ich es auch irgendwie digital wechseln. Das ist immer mit ein bisschen Stress verbunden. Und ansonsten benutze ich halt die Delver-App. Oder wie heißt die mittlerweile? Die heißt mittlerweile irgendwie anders fürs Android-Handy, wo man halt schön direkt Sachen einscannen kann. Dann kannst du dir dort deine Decks anlegen und kriegst direkt die Preise vom Kartenmarkt irgendwie draufgezogen und so. Aber halt so ein schönes Deckbautool, das hatte irgendwie niemand so richtig. Dann hab ich gegoogelt und hab ich mir ein paar Sachen angeguckt und hab es mal mit Tapped Out probiert. Ich probiere es ja immer mal wieder mit Tapped Out. Aber seitdem ich Architekt gefunden habe, nicht mehr. Es sieht auch wirklich sehr aufgeräumt aus, Architekt. Es sieht sauber aus. Du wirst nicht vollgeknallt mit irgendwelchen Werbebannern. Es sieht einfach modern aus. Es ist eine schöne Schriftart. Es sind schöne Buttons. Es ist schön gestaltet. Es ist aufgeräumt. Also ich würde dem Tool mal eine Chance geben, wenn ihr jetzt alle aufschreit, die uns zuhört und sagt, um Gottes Willen, weil da ist folgendes, folgender Bug drin oder folgendes ganz kaputt, dann schreibt uns das bitte. Ich habe ja wirklich alle meine Karten digitalisiert. Irgendwann mal im Laufe eines Sommers habe ich das gemacht und seitdem auch immer wieder nachgetragen, wenn ich neue Karten dazu bekommen habe. Und das ist wirklich ein großer Vorteil, wenn du weißt, was du hast. Ja, du bist ein bisschen irre. Aber das weißt du. Das weiß ich. Und es hat sich auch gelohnt. Also wenn du es dann konstant hältst, ist der Aufwand pro Set nicht mehr so hoch. Aber initial, da sitzt du natürlich schon so ein bisschen dran. Ja, was ich an Architekten ganz cool fand, du kannst deine Karten visuell in Kategorien packen. Die werden dann so tatsächlich visuell wie Karten einfach so gestackt. Du kannst sie dann sehr, sehr unkompliziert durchsuchen. Du kriegst Statistiken sofort angezeigt. Du kannst es sogar playtesten. Ja, das passiert dann natürlich alles komplett manuell. Aber es gibt dir schon mal irgendwie eine Vorstellung. Macht mobil übrigens keinen Sinn. Architekt sollte man am Rechner, im Browser benutzen, finde ich, am Desktop. Und was ich noch nicht so richtig ausgereizt habe, was aber glaube ich ganz cool ist, ist auch die Suche. Also man hat auch eine Syntax-Suche der Karten, kann die sich dann schön sortieren lassen und direkt in sein Deck einfügen. Also ich bin zwar auch immer wieder hin und her gesprungen zwischen Scryfall und Architekt. Also habe ich mit Scryfall zur Suche genutzt und dann bei Architekt das Zeug eingetragen. Aber ich denke, dass hier die Suche auch einiges kann. Ja, das fand ich ganz cool. Man kann sich bei Scryfall ja auch einen Account anlegen und dann kann man dort Karten suchen und kann die dann auch per einem Klick dann dort in ein Deck packen. Und ich glaube, das würde ich auch machen und mir dann dieses Deck exportieren. Also erstmal alle Karten sammeln, die ich interessant finde für das Deck und dann rüberkopieren in das Tool, mit dem ich dann halt meine Sammlung verwalte und das Deck. Naja, und wenn ich irgendwie eine Karte importiere, die illegal ist in meinem Format, welches ich ausgewählt habe, dann wird mir das direkt visuell gehighlighted. Also wenn ich irgendwie eine Karte habe, die dann vielleicht doch eine andere Farbinetität hat, weil sie irgendwo klein versteckt extort hat und dann ist da ein Hybridmaler-Symbol drin oder so, dann wird mir die direkt rot umrandet und ich muss nicht lang suchen. Wenn irgendwo steht hier, das ist gar kein Kommandodeck und dann fange ich an, 100 Karten zu durchwühlen, woran es denn liegt. Das ist ganz schön und wenn man seine Sammlung dahinter hat, sieht man direkt auch gehighlighted, habe ich die Karte bereits in meiner Sammlung? Habe ich die Karte vielleicht in einer anderen Version bereits in meiner Sammlung? Ja, genau, ich glaube das auch. Und ist die Karte bereits in einem anderen Deck? Das ist wirklich das Killer-Feature für mich und ich glaube, also jetzt vielleicht nicht in dem Sommer, weil da bin ich einfach noch viel zu viel draußen unterwegs, aber ich glaube im Winter setze ich mich dahin und übertrage meine Sammlung von Tapped Out dahin. Es ist ja schon Wahnsinn, wie viel Zeit man auch als Magic-Spieler unabhängig vom Spielen mit dem ganzen Spiel verbringen kann. Und solche Tools unterstützen das noch mehr. Ja, genau. Was unser Podcast auch bestens beweist, wie schön die Welt um Magic drumherum ist. Ihr müsst nicht spielen, ihr könnt einfach so eure Tage damit verbringen. Jetzt bin ich aber gespannt, was du mit deinem Architect gebaut hast und kannst vielleicht auch gleich noch ein bisschen darauf eingehen, was für Kategorien du da gemacht hast und vielleicht auch ein bisschen zu erfahren, wie man so ein Commander-Deck generell plant, aber natürlich auch, wie du es flavormäßig gemacht hast. Dann würde ich sagen, ich serviere mal die Hauptspeise und was passt besser zu einem gemeinsamen Beobachtungsposten, von dem man nie genau weiß, wie lange man ihn einhalten muss, als eine selbsterwärmende Dosensuppe, bekannt aus dem Fall Nummer 84, Musik des Teufels. Hey, lass uns doch am Anfang erstmal ein bisschen allgemein über die drei Fragezeichen sprechen, bevor wir jetzt gleich in deine Deck-Tech einsteigen. Denn du hast eine ganz tolle Kindheitserinnerung, vermutlich an die drei Fragezeichen und ich auch. Ja, ich bin ja, so wie du auch, ein Kind des Ostens, das heißt eigentlich ohne die drei Fragezeichen aufgewachsen. In der DDR gab es die drei Fragezeichen irgendwie nicht und es hat auch in der DDR nicht einen Weg zu uns rüber gefunden. Wir haben das dann später nach der Wende erst bei einem Westbesuch von Freunden geschenkt bekommen und zwar waren meine ersten beiden Folgen die schwarze Katze und die flammende Spur. Genau. Und dann, dann ging es los, dann war kein Halten mehr. Meine Mutter hat die nämlich auch sehr gern mitgehört und hat dann angefangen, diese ganzen Kassetten zu kaufen, immer mehr. Und heute habe ich alle, jede einzelne Folge auf Kassette. Das ist irgendwie ganz cool, ist auch die einzige Sammlung, die ich komplett habe. Das ist faszinierend, dass du tatsächlich gleich vom Hören sprichst. Ich wusste lange Zeit gar nicht, dass es da eben auch Hörspielkassetten gibt, also es war mir schon bewusst, dass es zu vielen Büchern, zu Kinderbüchern auch Hörspielkassetten gibt. Ich kenne die drei Fragezeichen tatsächlich auch erst im Westen. Wir sind ja ausgereist 89. Kann man in meinem anderen Podcast Staatsbürgerkunde nochmal nachhören. Wir sind ja ausgereist 89. Ja, unbedingt solltet ihr tun. Und sind in so ein kleines Dorf im Schwarzwald gekommen und da war ich in der Bücherei in der örtlichen und habe dort eben diese drei Fragezeichen Bücher ausgeliehen und hatte dann auch so zwei, drei Taschenbücher-Versionen geschenkt bekommen. Und so bin ich da rangekommen. Da war ich 10, 11, 12 und habe mir dann wirklich nach und nach alle Bücher ausgeliehen und fand die super spannend zu lesen, auch teilweise wirklich gruselig. Musste dann abends immer abbrechen, weil es mir dann zu gruselig war und am nächsten Tag weiterlesen. Habe auch schöne Erinnerungen, wie ich mal Bücher mit denen in Urlaub genommen habe. Da sind wir mit dem Schiff und Rad durch Holland gefahren und habe ich abends immer noch drei Fragezeichen gelesen. Also es hat mich wirklich gefangen genommen und begeistert, die Bücher und die Geschichten. Die drei Fragezeichen sind ein Stück Kindheitserinnerung, was eine gesamte Generation mitgenommen hat in ihr Erwachsenendasein. Ich weiß nicht, wie viele Kinder drei Fragezeichen hören. Es gibt ja drei Fragezeichen Kids und die drei Ausrufezeichen und viele weitere Produkte. Das heißt, die Marke an sich in irgendeiner Form, die hat es auch irgendwie in die Kinderzimmer geschafft wieder, glaube ich. Aber bei den drei Fragezeichen sind es hauptsächlich Erwachsene, die ich kenne, die drei Fragezeichen hören oder ausschließlich Erwachsene, die drei Fragezeichen hören. Und so wie die meisten, man sagt ja immer, drei Fragezeichen hört man zum Einschlafen. Bei mir alles. Also ich habe es zum Einschlafen gehört. Ich höre das quasi zum Bügeln. Das ist auch so eine klassische Beschäftigung, bei der man drei Fragezeichen hört. Und früher natürlich auch als Kind habe ich ganz viel gepuzzelt dabei. Und heute ist auch für mich so ein, wenn ich mal so für mich sein will, dann ist so ein entspannender Abend irgendwie ein altes Computerspiel anschmeißen. Ja, keine Ahnung, Siedler oder sowas. Und dann drei Fragezeichen dazu laufen lassen. Am besten eine Folge, die man schon tausend Mal gehört hat, wo man die man irgendwie halt mitsprechen kann. Da geht es mir einfach gut. Und so, einfach ein schönes, ja genau, einfach schön. Ich verbinde damit wirklich so diesen Geruch der Leihbücherei. Die kennt ihr sicher alle, den Geruch, so ein bisschen nach so einem modrigem Papier. Und bei uns war die immer direkt neben dem Schwimmbad. Also ich habe da wirklich so ganz tolle Sommer-Kindheitserinnerungen, wo ich mir dann Bücher ausgeliehen habe. Und ich weiß gar nicht, ob das alles so passiert ist. Aber in meiner Vorstellung habe ich mir halt Bücher in der Bücherei ausgeliehen. Bin danach ins Schwimmbad gegangen und habe die da gelesen auf der Decke. Und ja, ganz toll. Hat mir auch mehr Spaß gemacht zu lesen als CKG tatsächlich. Das war mir immer so ein bisschen bräsig. TKKG. Ich bin eine Zeit lang zweigleisig gefahren. Ich auch. Irgendwann war klar, ja genau, irgendwie. Aber ich habe nie ein Buch gelesen. Nie ein einziges Buch gelesen. Ich habe immer nur die Hörspiele gehört. Verrückt. Und immer nur von Kassette. Es gibt natürlich einzelne Folgen, die es nur auf CD gibt. Die habe ich auch auf CD. Aber auch noch nie von Schallplatte zum Beispiel. Das haben ja auch einige. Eine ganz, ganz tolle Drei-Frage-Zeichen-Vinyl-Sammlung. Ich habe mir dann auch noch mal ein Buch geholt. Die sind natürlich schön, weil die Cover dann sehr groß sind. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also auf den Büchern hast du halt die Cover toll gesehen. Das waren ja so Hardcover-Bücher. Alle mit so einem schwarzrandigen Umschlag. Mit so einem Passepartout-Umschlag. Und dann war da drin das Bild. Und ich habe mir dann auch ein Buch gekauft, weil wir den Detektiv-Club gegründet haben. Zwei Freunde und ich. Und dann gab es so ein Buch, was man als Detektiv macht. Wie man so Fingerabdrücke nimmt. Und wie man Personenbeschreibungen macht. Und das war ganz witzig. Ja, das war meine Kindheitserinnerung. Ist meine Kindheitserinnerung an die Drei-Frage-Zeichen. Ja, und entschuldige. Nein, ich war fertig. Ich wollte langsam auf Magic einbiegen. Aber du hast... Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also die Drei-Frage-Zeichen sind so ein Hobby, was mich seit jeher begleitet, aber immer getrennt war von allem. Und ich bin nie auf die Idee gekommen, ein Drei-Frage-Zeichen-Deck zu bauen. Bis vor kurzem eben. Bis Anfang diesen Jahres. Und dachte, ja, warum nicht? Es ist mir echt so wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dachte, wie toll. Ich kann zwei große Leidenschaften von mir, zwei meiner liebsten Hobbys, irgendwie miteinander vereinen. Und genau das habe ich hier getan. Ich kann ja mal kurz darauf eingehen, was so der Ausgangspunkt war. Denn die erste Anregung, die war tatsächlich nicht, baue ein Themendeck. Das war es tatsächlich nicht uns. Sondern es war unser kleiner Auftritt bei Nackt und Rosa. Ah ja. In deren Podcast, wo der Martin und Lorenz am Ende ihre 8-Euro-Decks erwähnt haben. Ja, ich erinnere mich. Ja, genau. Und meinten, baue doch auch mal ein 8-Euro-Deck und dann können wir gegeneinander spielen. Und dann dachte ich, ich habe noch nie ein Budget-Deck gebaut. Baue ich doch mal ein Budget-Deck. Und dann dachte ich mir so, ah, jetzt irgendein Budget-Deck bauen? Na, und dann habe ich mir selber noch eine Challenge gesetzt. Ich habe auch noch nie ein Themendeck gebaut und dachte, komm, ich baue ein Budget, quasi ein 8-Euro-Themendeck. Und bin dann irgendwie aus dem Zufall auf die drei Fragezeichen gekommen. Und ja, wahrscheinlich war es kein Zufall, weil hier ständig überall Assetten von denen rumstehen. Ähm, aber es hat sich so ergeben. Genau, und deswegen stelle ich euch heute quasi nicht nur ein 3-Frage-Zeichen-Themendeck, ein Worthaus-Deck vor sozusagen, sondern eben auch ein Budget-Deck, was in der Summe an Kartenwert nicht teurer ist als ungefähr 8 Euro. Das ist, äh, das ist sportlich, muss ich sagen. 8 Euro? Ja. Da kostet ja manch ein Land schon mehr. Richtig, ne? Das heißt, hier sind einfach jetzt keine Karten drin, die, ähm, ich musste einige Karten ausschließen, weil sie zu teuer waren. Die habe ich jetzt nicht in dieses Deck reingenommen. Ähm, genau. Und auf die kann ich auch später, später auf jeden Fall nochmal eingehen. Ähm, aber ich würde, glaube ich, erst mal kurz zum, zum, auf das ganze Themengebiet Themen-Deck, Worthaus-Deck, darüber irgendwie ganz kurz sprechen, wenn du, wenn du magst. Also wie machst du denn? Bist du eher ein, bist du eher ein Worthaus oder eher ein, ein Mel? Ich kann mich dann nicht entscheiden, beziehungsweise ich kann mich auch aufgrund dieser Eingruppierungsvorschläge nicht so richtig entscheiden. Ich habe das schon mehrmals versucht. Wir haben im Vorgespräch darüber auch schon gesprochen. Ich habe mich dann auch nochmal eingelesen. Erklär mal kurz, soweit du es kannst, was, was, was das ist und was die Unterschiede sind. Und dann versuche ich zu ergänzen, weil ich glaube, es ist ein bisschen eine kleine philosophische Diskussion, was Worthaus, was Mel, was Timmy, äh, Tammy, Johnny, Jenny und Spike sind. Also Mark Rosewater hat ja mal diese Psychografiken entwickelt, um Spieler zu kategorisieren, beziehungsweise damit Spieler sich selber kategorisieren können und so ein bisschen einschätzen können, wie sie das Spiel wahrnehmen und warum ihnen manche Sachen gefallen und davon vielleicht auch ableiten können, was ihnen Spaß macht könnte bei zukünftigen Decks, die sie bauen oder, äh, spielen, die sie spielen. Es ging eben los mit, ähm, Timmy, Tammy, Johnny, Jenny und Spike. Das sind, äh, Spielertypen, die entweder, also Spike, der sehr kompetitiv rangeht und, oder die, und gewinnen möchte und wirklich jeden kleinen Vorteil sucht. Johnny, Jenny, das sind die Combo-Player, die halt wirklich sehr ausgetüftelte Decks bauen, wo halt, ja, wie so eine gut geölte Maschine alles aufeinander einzahlt und sich dadurch Vorteile ergeben und Timmy, Tammy, die wollen einfach tolle Sachen erleben, die spielen große Kreaturen, die machen große Effekte, äh, und ziehen da halt ihren Spaß draus. Und später hat Mark Rosewater das erweitert um zwei, ähm, ästhetische Psychografiken oder Psychogramme, weiß gar nicht, wie das ist. Psychogramme, ne? Psychogramme, ja. Ähm, und das sind eben Wartos und Mel. Und so wie du es mir erklärt hast und so wie ich es jetzt auch nochmal nachgelesen habe und jetzt vielleicht auch verstanden habe, ähm, kümmert sich Mel eher um den Mechanismus, die Mechaniken einer Karte, also wie gut ist diese Karte als Gesamtspiel, Spielstein gestaltet, also wie gut funktioniert die, wie viel Spaß macht es quasi mit diesem Mechanismus und diesem, ja, dieser Karte zu interagieren und Wartos kümmert sich eher so um das, was die Lore betrifft, also die Geschichte von Magic, wie ist die... Flavor, ne? Flavor, wie ist die Figur dargestellt, welche Figur ist überhaupt dargestellt, passt der Kreaturentyp dazu und, ja, was, wie, wie passt diese Karte in die Gesamtgeschichte und den Hintergrund von Magic? Und für mich haben diese zwei Sachen immer nie so richtig auseinandergedacht funktioniert, weil ich immer fand, die schönsten Karten für mich sind halt Karten, die halt eine, eine schöne Figur oder eine schöne Begebenheit aus Magic darstellen und dann aber auch das in einem tollen Mechanismus, einer tollen Spielmechanik abbilden. Deswegen kann ich das gar nicht so getrennt voneinander denken und tue mich auch schwer, mich da einem Lager zuzuordnen. Ist ja tatsächlich auch eher eine Theorie, die, glaube ich, in Reinform nirgends zu finden ist und auch in Reinform natürlich super langweilig wäre. Aber ja, die ersten drei Profile, die du beschrieben hast, die kümmern sich halt hauptsächlich darum, also warum sie das Spiel ganz cool finden und wie sie unterschiedlich an das Spiel herangehen und diese ästhetischen Profile. Da geht es schon eher darum, der eine schaut total auf die Gestaltung und der andere schaut halt auf die, ich finde es eigentlich ganz geil, auch den Blick auf die Mechanismen irgendwie als, die Mechanismen in irgendeiner Form als was Ästhetisches zu betrachten. Wie greifen die Karten ineinander? Welche ästhetische Freude empfinde ich dabei, wenn plötzlich alles getappt werden muss oder nichts mehr getappt werden kann oder plötzlich nichts mehr läuft oder wie dieses quasi sich selbst steuernde Computer-Deck, was da gebaut wurde. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Die Touring-Engine-Geschichte da. Die Touring, das Touring-Deck, genau. Das ist ja auch eine gewisse ästhetische Freude, die man dabei hat, einfach dieses Spiel zu sehen, wie es da steht und was darin passiert. Aber ja, genau, dass der Wartos-Spieler, Spielerin, als der ich quasi eher dieses Deck gebaut habe, die gucken ganz klar auf den Flavor, auf die Illustrationen, auf die Texte und so weiter. Ich möchte mal vielleicht ein plastisches Beispiel machen. Vielleicht kannst du mir auch noch mal einen Tipp geben, wie man das jetzt einordnet. Du hattest ja letztes Mal in unserer Preisverleihung zur Forgotten Realms 15 Meter Seil hattest du als Flavor-Win. Würdest du sagen, das ist jetzt eher eine Karte, die den Wartos oder den Mel anspricht? Weil das ist nämlich eher so mein Beispiel. Ich finde, das funktioniert halt als Gesamtes. Also es sind halt diese 15 Meter Seil, das ist der Name, das ist der Wartos-Aspekt. Aber die Karte an sich, vom Melf-Standpunkt her, ist wahrscheinlich sehr, sehr schwach. Aber zusammen mit dem Wartos-Anteil ist es halt eine lustige und interessante Karte. Ich glaube, der Mel findet es so richtig gut, wenn er sie dann auch noch passend funktional einsetzen kann. Und wenn nicht nur der Flavor dasteht, sondern, keine Ahnung, das Seil kann ja Mauern überklettern sozusagen. Wenn Mauern jetzt ein ernstzunehmender Teil von Magic wären, dann wäre das wahrscheinlich eine Karte, die man auch sehr gut spielen kann, womit Mel dann wiederum noch mehr anfangen könnte oder die Karte womöglich noch besser finden würde. So würde ich es mir erklären. Aber ja. Ich glaube, ich sollte mal eine Folge zu dem Psychogramm machen. Ich denke auch. Lass uns das hinten anstellen. Ich habe mir ein Wartos-Deck gebaut. Das heißt, ich habe super viel auf den Flavor geachtet. Aber ich habe natürlich auch darauf geachtet, dass ein Deck dabei zustande kommt, was irgendwie Mechanismen hat, die ineinander greifen und die zusammen Spaß machen und irgendwie auch in sich ein Stück Drei-Frage-Zeichen-Geschichte vermitteln. Dann gebe ich vielleicht noch kurz einen Hinweis, bevor du jetzt loslegst und uns mitnimmst in dein Deck. Jetzt kommt der Monolog. Nee, ähm, ja. Entschuldigung. Nee, ich werde die noch immer wieder unterbrechen durch kluge Sachfragen. Bitte. Unbedingt. Wenn ihr das jetzt mitverfolgen wollt und ihr in der Nähe eines Rechners oder eines mobilen Endgerätes seid, was ihr wahrscheinlich seid, wenn ihr das hört, dann könnt ihr Geist-Deck jetzt aufmachen und mitgucken. Denn ich denke, du wirst das teilen auf Architekt, ne? Du hast das jetzt öffentlich-öffentlich gemacht. Selbstverständlich. In den Shownotes ist der Link. Und ihr seht dann auch, in welche Kategorien Geist da gemacht hat. Die wird er euch gleich vorstellen. Und das heißt, ihr könnt jetzt, während er drüber spricht und ich dazwischen frage, mitfiebern und mitgucken und mitüberlegen, ob das alles so Hand und Fuß hat, was er erzählt. Und ja, Geist. Hand und Fuß. Hand und Fuß. Sinn und Verstand. Nee, nee, Herz und Seele soll es hauptsächlich haben. Darum geht es vordergründig. Herz und Nieren. Dann Hals über Kopf, geht's los. Okay, also womit geht's los? Mit dem Commander. Oder beziehungsweise, wir haben die drei Fragezeichen, mit den Commandern geht's los. Und die erste Frage, in welchen Farben sich dieses Deck zentriert, das gibt quasi schon das Logo von den drei Fragezeichen, denn die drei Fragezeichen sind, weißt du's? Ich weiß es, weil ich natürlich die Kabel vor mir habe, weiß, blau und rot. Genau, richtig. Also Jazz Guy. Jazz Guy ist unser Deck. Damit bin ich reingegangen, quasi in das Ganze, und wusste, okay, ich möchte, ich möchte, dass mein Deck diese drei Farben hat und ich möchte drei Kreaturen in der Command Zone liegen haben. Schwierig, ne? Das wird's nicht ganz einfach. Zwei ist mittlerweile leichter und ich bin tatsächlich mit dem Willen rangegangen, einen Companion zu nutzen, um tatsächlich drei Kreaturen in der Command Zone liegen zu haben. Nun ist es aber so, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt, ein Jazz Guy Deck zu bauen, was dann quasi einen der, ja, recht wenigen Companions nutzt und ich hätte dann Kreaturen nehmen müssen, die flavormäßig überhaupt nicht gepasst hätten. Und, ja, hab deswegen auch lange gehadert mit dem Deck und hab das Deck schon gebaut und bin mit den Commandern irgendwie noch nicht zurechtgekommen, denn ich möchte natürlich Justus, Peter und Bob irgendwie repräsentiert sehen, so, dass es cool ist und so, dass es zu diesen Charakteren passt und bin dann auf folgende Idee gekommen. Also, ich fang an mit Peter Shaw. Ich fang mal nicht mit dem ersten an und zwar Peter Shaw und gleichzeitig auch eine der wichtigsten Commander und Kreaturen im Set ist Akiri, Seilschleuderin. Ist eine legendäre Kreatur, Mythic, Core-Soldat, Verbündeter, rot-weiß und hat Erstschlag und Wachsamkeit. Power & Toughness ist 0,3, aber Akiri, Seilschleuderin, also Peter Shaw, erhält plus 1, plus 0 für jedes Artefakt, das du kontrollierst. Und das hat Partner. Ganz, ganz wichtig, denn es müssen mindestens zwei in der Commandzone liegen und die zwei müssen auch alle drei Farben beinhalten, um eben dem Deck alle drei Farben zu geben. Ja, das heißt, Akiri ist hier zweifarbig, weil ich dann sozusagen, Justus Jonas, der auch noch mit in der Commandzone liegt, weil der blau ist. Also, so hab ich auf jeden Fall schon mal sichergestellt, dass ich die drei Farben im Deck habe. Justus Jonas wird gespielt von Glacian oder Glacian, der Kraftstein-Ingenieur. Der ist eine legendäre Kreatur, Mensch-Handwerker, ankommen, kostet 5 und ein blaues und hat Power & Toughness 3.6, hat folgenden Text, Partner natürlich, um eben zu partnern mit Akiri, mit Peter Shaw, und hat Tapp, Tappe x ungetappte Artefakte, die du kontrollierst. Und dann, wenn ich das getan habe, schaue dir die obersten x-Karten deiner Bibliothek an, nimm eine davon auf deine Hand und lege den Rest auf deinen Friedhof. So, ich hatte am Anfang eine ganze Zeit lang Eligeth, ja, eine Sphinx, die Hellsicht hat, weil ich dachte, ja, Justus Jonas ist so einer, der ist so ein Visionär, der sieht halt die Fälle, der kann irgendwie alle Hinweise richtig kombinieren und kommt damit dann zum Ergebnis, ja, und löst den Fall. Aber ein ganz entscheidender Teil, ich hab's schon gesagt, sind Hinweise, Clue-Tokens, Hinweisspielsteine, und die behandle ich hier quasi so, also Artefakte werden hier behandelt wie Hinweise und wenn man das im Kopf hat und dann Glacian liest, dann ist es quasi Teppe x ungetappte Artefakte, also nutze deine Hinweise, die ich kontrolliere, dann schaue ich mir die obersten Karten der Bibliothek an, kann quasi da noch tiefer reingraben und die richtige raussuchen. Das heißt, das ist für mich Justus Jonas. Peter Schor wiederum, ist eher so der sportliche Typ, der Macher, der wird eben durch diese ganzen Hinweise, durch die Artefakte verstärkt, je mehr Hinweise er hat, je mehr konkreten Hinweise darauf, wer der Übeltäter ist, wer auch immer, überwältigt der auch gern mal irgendwie den Bösewicht und ist einfach ein sehr, sehr sportlicher, also es gibt noch eine andere Akiri, den Fearless Voyager oder so, aber das ist Peter Schor nicht, denn der hat auch ziemlich oft Angst, ja, das ist irgendwie so ein ganz, 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 ganz witziger, ja, witziger Zwiespalt, in dem er da steckt, ne, es ist so ein bisschen ein Schisser, aber der überwindet seine Angst immer wieder und, ja, hilft eben genauso dabei, auf manchmal oder meistens körperlichere Art und Weise, die Fälle zu lösen und deswegen ist es nicht der Fearless Voyager geworden, sondern Akiri, die Seilschleuderin, ne, zum Beispiel, also das waren so sehr, sehr viele Gedanken, die ich hier reingesteckt habe. Jetzt fehlt ja noch der dritte im Bunde. Richtig, der dritte, Bob Andrews, ach, hab ich mich schwer getan, weil ich einfach das wirklich mit dem Companion nicht hinbekommen habe, irgendwann hab ich aufgegeben und hab halt gesagt, okay, dann ist halt Bob in der Bibliothek. Der ist auf Recherche. Und als ich das laut ausgesprochen hatte, hat alles in meinem Leben Sinn gemacht, ja. Bob Andrews ist auf Recherche und seine Karte ist in der Bibliothek. Er wird gespielt vom verwegenen Ermittler. Der verwegene Ermittler ist eine, ja, doppelseitige Karte und ist auf der Vorderseite eine Ankommen, Kreatur, Mensch, Räuber, ja, ne, so, es passt nicht alles, aber der Rest passt, finde ich, sehr, sehr gut. Eine 2-1 kostet 1 und ein blaues und wenn ich einen Hinweis opfere, transformiere ich den verwegenen Ermittler. Wenn jemand ein verwegener Ermittler ist, dann ist es Bob Andrews. Das stimmt. Und dann transformiere ich ihn in eine 3-2, den Überbringer dramatischer Neuigkeiten, ja, er kommt quasi, er opfert die Hinweise, kommt mit seinen Erkenntnissen von der Recherche zurück und überbringt dramatische Neuigkeiten und ist dann kein Räuber mehr, sondern ein Mensch, Zauberer. Es passt so wunderbar. Er war auch der Erste, der so Computer bedienen konnte und sowas. Es ist ja 1979, 1979 kam die erste 3-Frage-Zeichen-Folge raus. Das heißt, sie sind auch immer mit den ganzen Technologien und so mitgegangen und irgendwann kam dann eben auch die Computer auf und Bob Andrews war der Erste, der immer mit demselben Tippgeräusch der Tastatur So, drei Fragezeichen-Freunde werden jetzt wahrscheinlich hoffentlich laut aufschreien. Das ist ein Geräusch, was ich in meinem Leben nicht vergessen werde. So, und der kommt zurück, der hat Bravour, das heißt, wenn ich nicht kreatur und Zauberspruch wirke, dann kriegt er plus eins plus eins und immer wenn der über Überbringer dramatische Neuigkeiten einem Spieler Kampfschaden zufügt, stelle Nachforschungen an. Das heißt, der sammelt dann noch mehr Hinweise, aber halt in Action, nicht mehr auf Recherchen in der Bibliothek, sondern halt, wenn er im Kampf geschehen ist. Ganz fantastisch. Das sind die drei Fragezeichen. Das heißt, ja, Artefakte sind ein wichtiges Thema und genau, und davon konnte ich mich dann sehr, sehr entspannt sozusagen entlanghangeln und den Rest des Deckes bauen. Ganz kurz, was der Gameplan ist, den füge ich quasi noch hinzu, die geben den ja quasi ein bisschen vor. Also, im Early Game, da bringe ich früh Akil, also Peter ins Spiel, habe ganz viele Karten, die eben Artifact-Tokens machen. Das sind Hinweise, das sind aber natürlich auch Schätze. Komm, ich gehe später noch drauf ein, weil die drei Fragezeichen suchen natürlich ganz, ganz oft auch nach Schätzen. Und, ähm, im Mid Game setze ich dann quasi meine Gegner, Gegner in ordentlich mit, mit Peter Shaw unter Druck. Verteile natürlich auch Commander Damage, wenn man mit Commander Damage spielt sozusagen, und, ähm, bringe gleichzeitig parallel dazu, ähm, Justus ins Spiel. Der verschafft mir einen Kartenvorteil, füllt auch gleichzeitig meinen Friedhof, damit ich dann im Late Game sollte noch irgendjemand sozusagen leben, dass ich dann quasi die von Justus abgeworfenen Karten zurück ins Spiel bringe. Und das passt insofern ganz gut in den Flavor, da ja ein zentraler Ort der drei Fragezeichen ist, der Schrottplatz, ja, so eine Sammlung von weggeworfenen Artefakten. Deswegen hab ich auch ein bisschen Artefakt, äh, Recursion quasi, womit ich dann so ein paar Sachen wieder aus dem Friedhof, aus dem Schrottplatz, wie ich den Friedhof jetzt hier nennen würde, wieder ins Spiel bringe. Also das ist so, das ist so die, die Idee, ich stelle Nachforschung an, ich suche nach Schätzen und wenn ich genug davon habe, dann kann ich eben mit, mit Peter, den, die anderen GegnerInnen unter Druck setzen und das Spiel hoffentlich gewinnen damit. Wie bist du denn jetzt dann weiter vorgegangen? Hast du dich jetzt eher am großen drei Fragezeichen Universum orientiert oder an einzelnen Folgen wolltest du jetzt speziell eine Folge nachspielen oder nachstellen oder hast du jetzt tatsächlich so eine Mischung aus beiden gemacht? Also einerseits Universum, andererseits vielleicht auch konkrete Ereignisse, die in einzelnen Folgen passiert sind. Ja, einzelne Karten bilden einzelne Ereignisse ab und ich glaube, ich habe sogar ein bisschen darauf geachtet, dass möglichst viele Folgen sozusagen erwähnt werden oder irgendwie drin vorkommen. Es macht es natürlich auch einfacher, die drei Fragezeichen sind eine riesige Welt. Es gibt hier und da sogar übernatürliche Erscheinungen, die sich dann zwar alle immer als irgendetwas Menschengemachtes oder irgendein Werk von VerbrecherInnen irgendwie herausstellen, aber das ist eine ganz, ganz tolle Welt, die man mit sehr, sehr vielen Magic-Karten sehr gut abbilden kann. Also ich würde sagen, für Einsteiger eine sehr schöne Welt, auf die man zugreifen kann und man kann sicherlich auch sehr, sehr viele andere Decks draus bauen, als ich es getan habe. Ich habe mich natürlich ein bisschen an den Mechanismen entlang gehangelt, habe quasi immer geguckt, was könnte mechanisch gut passen und habe dann aus diesem Recherchefundus an Karten, die mechanisch einigermaßen passen würden. Was passt denn flavormäßig auch gut dazu? Die Struktur von so einer Geschichte ist ja auch immer ungefähr ähnlich, das heißt, diese Varianten entstehen ja dann eher durch die Geschichten, durch das einzelne Setting, das heißt, man kann da auch wirklich, glaube ich, sehr grob drüber fliegen und dann aber auch tief reintauchen und alles passt auch ein bisschen zusammen. Was natürlich irgendwie schon vorgegeben war für mich, war durch den Mechanismus, den ich gewählt habe, Nachforschung, Nachforschen, sodass ich quasi zu diesen Hinweisspielsteinen komme, es war damit so ein bisschen auch die Welt vorgegeben natürlich, denn dieser Mechanismus, den gab es hauptsächlich in Shadows of Innistrad und Eldritch Moon und ein ganz, ganz tolles Set, man kommt irgendwie in diese vermeintliche Zombie-Welt hinein und dann laufen da plötzlich so Ermittler durch die Gegend und stellen Nachforschungen an, man sucht nach Beweisen, nach Hinweisen und es gibt so ein, also das war ein Set, was, glaube ich, sehr, sehr viele sehr positiv überrascht hat. Es gab diese schöne Rätselgeschichte, wo dann plötzlich Emrakul aufgetaucht ist und vorher gab es nur Hinweise, also in Shadows of Innistrad gab es eine ganze Menge Hinweise und die Online-Community hat dann gerätselt, hey, was ist denn hier los, welches Ding ist denn hier verantwortlich, es war so ein richtiges kleines Who done it, so ein Krimi-Genre, wer war es, wer ist jetzt hier, der Übeltäter, die Übeltäterin und es war dann die große, böse Emrakul. Das war toll und ja, dieses Detektiv-Setting, das war irgendwie ein Teil, ja, was so, das dunkle, düstere, zwielichtige, das war mit drin, aber natürlich gleichzeitig auch Rocky Beach, die Heimat der drei Fragezeichen, das sonnige Kalifornien, die Wüste Nevadas, genau, und eins noch, Kaladesh ist auch einiges drin, weil es geht viel um Artefakte, die drei Fragezeichen, so, ja, passen auch gut in die Welt der Bastler und Tüftler hinein und deswegen gibt es auch einige Karten aus Kaladesh. Willst du vielleicht mal anfangen mit den, mit den wiederkehrenden Personen, da habe ich ja einige gesehen, wo wir das Deck vorgestern gespielt haben. Ich knüpfe noch kurz an an die, an die Schauplätze, weil ich glaube, es ist glaube ich cool erst mal zu verorten, wo wir uns befinden. Die Basics, die spiegeln ganz gut wieder, da kann jeder mal reinschauen in die Architekt, da habe ich nämlich auch die passenden Artworks eingestellt für Inseln, Gebirge und Ebenen, die zeigen ganz gut, wo wir uns befinden. Die Ebene, habe ich eine Wüste aus Amonquette genommen, die zeigt schön die Wüste von Nevada, in der sich die Fragezeichen oftmals verirren oder liegen bleiben oder spannende Fälle lösen. Dann die Mountains, die Rocky Mountains, die direkt um die Ecke sind. Auch die sind ein beliebter Schauplatz und einfach ein sehr, sehr wichtiger Ort in der Welt, der drei Fragezeichen. Und da gibt es ganz, ganz tolles Basic, was ursprünglich in Odyssey gedruckt wurde und jetzt geradezu Modern Horizons 2 reprintet wurde, sonst hätte ich irgendwie, keine Ahnung, 1, 2 Euro pro Basic ausgeben müssen. Und die Insel, die zeigt nochmal ganz schön einen Strand, das Meer und tatsächlich so ein bisschen so eine zerklüftete Küste, quasi eine Rocky Beach, wenn du so willst. Das sind, das sind quasi meine, meine, die wichtigsten Länder und die wichtigsten Schauplätze. Und dann gibt es eben, ja, den Command Tower, der klassischerweise natürlich die Zentrale ist. Habe ich auch gesehen in vielen anderen Walthouse Decks, die sich um andere, ja keine Ahnung, zum Beispiel Superhelden drehen, wenn die eine, wenn die eine Zentrale haben oder ein Headquarter oder so, dann ist es der Command Tower. Auch hier bei mir ist es so und die Zentrale hat sehr, sehr viele Geheimgänge, die zu ihr führen, diese notübrige Geheimgänge zu erreichen. Das ist natürlich die Rogue's Passage, mit der ich nebenbei dann natürlich ganz gut auch noch meine Akiri, meinen Peter Shaw, wenn er sehr, sehr stark ist, unblockbar machen kann. Ich sehe hier noch zum Beispiel das Desolated Lighthouse, was natürlich auch so ein ganz klassischer Ort ist in vielen Detektivgeschichten und bei den drei Fragezeichen auch, also der verlassene Leuchtturm. Genau, Anspielungen an Folge 171, das Phantom aus dem Meer. Also ich habe auch eine große Liste gemacht, wo ich fast jede Karte, fast jeder Karte eine Episode zuordnen konnte und auch für mich rauszufinden, macht das überhaupt Sinn? Aber ja, es gibt super viele interessante, interessante Orte. Was habe ich, was habe ich noch? Ancient Den, die uralte Höhle, ist ein Artefaktland, passt natürlich ganz gut ins Deck, passend zu Folge 19, der Teufelsberg. Das war auch eine meiner ersten Episoden und ganz, ganz schön gruselig, wie es da immer so durch die Höhle hindurch heult. Ich muss immer ein bisschen hin und her gucken, den Great Furnace, auch noch das rote Artefaktland, das ist der, die große Schmelze, auch spielt an auf die Episode 119, der geheime Schlüssel. Den geheime Schlüssel habe ich übrigens auch noch als Artefakt im Deck. Aber ja, so gehen wir hier durch. Das, eine Anspielung auf meine Lieblingsfolge der Fragezeichen ist das Labyrinth der Götter. Deswegen habe ich auch hier das Labyrinth von Skophos aus Terrors Beyond Death mit reingenommen. Das ist die günstige Version von Mace of Earth, weil du ja bei 8 Euro bleiben musstest. Genau. Ja, ja. Ich habe immer schön, bei Skryphal kann man ja auch die, die, die Kosten einer Karte mit eintippen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, denn das muss sich ja die Karten dann auch irgendwie vom Card Market ziehen. Genau, manche Karten zeigt es dir sehr, sehr preiswert an, obwohl sie recht teuer sind. Manche Karten zeigt es dir genau andersrum, sehr teuer, obwohl sie sehr preiswert sind und bei manchen Karten findet er gar keinen Preis. Ja, das war so ein bisschen Pi mal Daumen und am Ende dann nachjustieren, was den, was das Budget anbelangt. Aber ich habe erst mal geguckt immer nach Karten, die eigentlich nicht 50 Cent überschreiten, auch wenn es hier und da bei einzelnen Karten das natürlich getan hat. Akiri beispielsweise ist ein relativ teure Kreatur, wenn man überlegt, dass es ein Commander Deck ist. Für die habe ich am Ende bezahlt drei Euro. Ich glaube, wenn man die Card Market Preise zugrunde legt, ist es ein bisschen weniger quasi. Das nimmt dann quasi einen sehr, sehr großen Teil des Budgets weg. Der Effekt sorgt aber dafür, dass man dann mit relativ vielen preiswerten Karten sie bedienen kann und stärker machen kann. Das soweit das Setting. Es gibt noch viele, viele Anspielungen. Die Remote Island ist auch eine meiner Lieblingsepisoden, Folge 100. Da sind die drei Fragezeichen auch auf einer entlegenen Insel eben, so wie der Name schon sagt, auf der toten Insel und lösen dort einen super spannenden Fall. So wie jeder Fall total spannend ist. Ja, also hier ist eine gute Mischung aus das sonnige Kalifornien, da wir uns eh schon befinden und Anspielungen auf einzelne Episoden immer auch geguckt, dass es einigermaßen zum Gameplan passt. Sehr schön. Also ich erinnere mich da jetzt nicht an so viel wie du, aber ich erkenne natürlich schon einiges wieder. Also ich habe wirklich auch die früheren Bücher hauptsächlich gelesen und ja, also man kommt auch schon beim Lesen in dieses Feeling rein von den drei Fragezeichen. Also das ist schon mal gelungen. Genau, dann wen habe ich denn noch im Deck außer den drei Fragezeichen? Ich würde mal so durch so ein paar Schlüsselfiguren hindurchgehen. Ja, gerne. Ich habe zum Beispiel hier natürlich den Master Thief, den Meister Dieb. Es gibt so ein paar Karten, die einfach allein wegen des Titels passend sind. Ich wollte natürlich irgendwie den großen Erzrivalen Victor Eugénez abbilden, den großen Meister Dieb und den habe ich eben in der Karte Meister Dieb gefunden. Also so so einfach ist es manchmal eben auch die Suche. Bei manchen muss ich ein bisschen länger gucken. Ich habe Skinny Norris, das ist so ein ja, Jugendlicher, der um die Ecke wohnt und der die immer ein bisschen hänselt und sie aufzieht und mit dem sie quasi nicht so wirklich befreundet sind, aber der ist auch drin und zwar in der Illustration von Joven oder Joven. Da habe ich fast vermutet, dass der das ist, genau. Und der aber nie so richtig dann doch die Ermittlungen blockiert. Der ist immer nur so als Stirnfried da und als roter Hering, aber ist nie der eigentliche Gegenspieler. Nicht immer, nee, nee. Oft sind sie auch am Ende recht freundschaftlich miteinander und es gibt so ein paar einzelne Episoden, wo die sich recht nahe kommen, aber am Ende wird immer wieder die Balance hergestellt und es bleibt dann doch irgendwie Skinny Norris, der nervige Typ von irgendwo, der die drei Fragezeichen hänselt, man kann es nicht anders sagen. Es ist echt ganz süß, deren Streit. Und Joven ist so ein Typ Türsteher irgendwie, der kann, ist eine legendäre Kreatur auch noch, drei und zwei rote für eine drei, drei Kreatur, die für drei rote Mana Tap einen Non-Creature-Artifact zerstören kann. Ja. Der macht natürlich Sachen kaputt, logisch, ja. Und natürlich auch Artefakte. Der klaut auch ab und zum Artefakt. Das macht jetzt die Karte nicht, aber das passt irgendwie so zu ihm, zu ihm als Raufbold. Wen habe ich noch? Ich habe Padim eingebaut, Consul of Innovation. Das ist ja eine Frau, ja, eine legendäre Kreatur und die hat vor allem, die gibt allen Artefakten Hexproof und es ist hier für mich Tante Mathilda, die gute Seele des Schrottplatzes, die Tante von Justus, der wohnt ja quasi am gebrauchtbaren Center, Titus Jonas, das ist sein Onkel und Tante Mathilda ist immer da, passt auf alles auf und nicht nur einmal ist sie quasi sozusagen der Deus, die Dea Ex Machina, wenn du so möchtest, die dann irgendwie rettend einschreitet und ja genau, die drei Fragezeichen beschützt in irgendeiner Form. Darf ich raten, dass Onkel Titus der Master Trinketeer ist? Nee, nee, Titus Jonas ist, ich habe hier ein bisschen, ich habe hier ein bisschen rumgetrickst und zwar habe ich dann, was heißt getrickst? Ich habe ein bisschen geguckt, was die, was die machen, der Master Trinketeer, Titus Jonas ist nicht so der krasse Bastler, ja, und der Master Trinketeer ist natürlich, also der meisterhafte Feinmechaniker, das ist der nicht, der meisterhafte Feinmechaniker in der Geschichte ist eher der Opa von von Peter, Ben Peck heißt der, der tritt leider nicht sehr oft auf, aber das ist wirklich ein meisterhafter Feinmechaniker, Titus Jonas ist hier, wenn gleiches als als Frau dargestellt ist, der Trophy Mage, die Trophäenmagierin, denn wenn die Karte ins Spiel kommt, sucht sie dir aus der Bibliothek einen Artefakt mit Manakosten, Mana Betrag 3 aus und kannst du dann auf die Hand nehmen und das ist eher Titus Jonas, der weiß genau, wo sein Zeug auf dem Schrottplatz ist und sucht dir genau das richtige Objekt raus, so, ne, der hat einfach total den Überblick, auch wenn es irgendwie ein, für andere Augen ein Chaos zu sein scheint, ne, die holt es zwar nicht aus dem Schrottplatz, aus dem Friedhof sozusagen, sondern aus der Bibliothek, aber hat für mich in dem Sinne am besten gepasst. Ja, es gibt noch so, ich habe natürlich die Inspektorin aus Traben, den Thraben-Inspektor drin, das ist Inspektor Cotter, ähm, der dann am Ende immer die ganzen Gangster verhaften muss, am Anfang gab es Kommissar Reynolds, den habe ich jetzt hier leider, leider nicht drin, ähm, da ist sozusagen immer auch noch inhaltlicher Platz, äh, wen habe ich noch, ich habe den begüterten Seemann, was Kapitän Jason ist, vom Riff der Haie, die verwegene Archäologin, es gibt ein paar verwegene Archäologen in dieser, in dieser, ähm, ja, Verbrecher-Vereinigung, heißt die Sphinx, das sind so alles Archäologen, die so irgendwo hinziehen, unter anderem in der Folge 100 Toteninsel, da treffen die drei Fragezeichen das erste Mal auf die, und die suchen dann heimlich nach irgendwelchen alten Artefakten und verhökern die auf dem Schwarzmarkt und machen Geld damit, und deswegen ist die verwegene Archäologin die Anne Hedden aus dieser besagten Folge 100. Ich habe aber auch drin so ein paar Unbekanntere, und zwar Pia und Kira Nala, weil mich deren Lore mit Chandra und so, ähm, so ein bisschen erinnert hat an die Eltern von Justus Jonas, die verschwunden sind, und auf deren, ähm, Julius und Catherine Jonas sind das, und auf deren Suche begibt sich Justus ab und zu, und die machen natürlich praktischerweise, wenn sie ins Spiel kommen, auch ein paar Stopter, also auch ein paar Artefakte, und, äh, genau, einfach ein schönes, ja, wirklich ein Elternpaar, weil es als solches dargestellt ist, und was irgendwie zu Justus passt. Ich habe hier noch die, die Wirbler, Räuberin, den Whirler Rogue, das die Helena von dieser Vereinigung Sphinx ist, und die macht mechanisch auch noch was ganz Interessantes, die bringt erstmal zwei Stopter ins Spiel, wenn sie ins Spiel kommt, Kreatur, für zwei und zwei blaue, eine 2-2, bringt wie gesagt zwei Stopter ins Spiel, und ich kann zwei ungetappte Artefakte, die ich kontrolliere, tappen, egal welche, können auch Hinweise sein, es können auch Schätze sein, es können auch diese Stopter sein, und dann kann eine Kreatur, die ich kontrolliere, ach nee, irgendeine Kreatur nicht geblockt werden, bis zum Ende des Zuges. Das haben wir gesehen am Sonntagabend, wo wir gegeneinander gespielt haben, die war eine sehr starke Karte in dem Spiel. Und dann kommt Peter Shaw mal für 9-Damage durchgeritten. Das stimmt. Ja, genau, ich würde mich interessieren, meine Geschichten, die ich so gelesen habe, war ja so der Super-Papagei und der mysteriöse Wecker und so, ist davon irgendwas drin, also wenn wir auch mal Richtung Artefakte gucken, die jetzt nicht erzeugt werden, sondern wirklich so ikonische Dinge sind, also der Papagei ist natürlich ein Tier, da fiel mir jetzt natürlich dieser Parrot ein aus Icoria, aber... Ja, den habe ich nicht reingebaut, der macht in diesem Deck irgendwie keinen Sinn, außer dass es ein Papagei ist und der sieht in der Illustration einfach schrecklich aus, der ist nicht der, ich meine, der Super-Papagei ist einfach der Super-Papagei, weil er unfassbar viel weiß, ja, und der ist glaube ich auch nicht so, der sieht nicht aus wie so ein Ara-Papagei, ne, der ist nicht so ein buntes Viech, sondern der ist halt unauffälliger und der spricht einfach nur ganz, ganz viel und deswegen habe ich diesen Papagei nicht genommen und den erstmal überhaupt nicht mit reingenommen. Der kommt dann in mein nächstes 3-Frage-Zeichen-Deck. Was ist mit dem Wecker? Der Wecker ist drin, der seltsame Wecker und zwar habe ich die Clock of Omens drin. Die Clock of Omens, ich kann ja kurz sagen, was die macht, ich muss mal kurz raussuchen, hier ist ein Artefakt für 4 Mana, ist ein Ankommen und da kann ich zwei ungetappte Artefakte tappen und dann kann ich ein Artefakt, das ich kontrolliere, ach nee, einfach irgendein Artefakt antappen und die funktioniert super als Ramp beispielsweise, ja, also ich tappe zwei Hinweis-Tokens und ich antappe mein Mana-Artefakt und dann tappe ich das für Mana und tappe nochmal irgendwelche zwei anderen Schätze oder so, ohne sie zu opfern, sondern tappe sie einfach mit der Fähigkeit und antappe das Mana-Artefakt erneut und mache dann quasi aus vier Artefakten, die einfach nur rumliegen, weil ich sie gerade nicht opfern möchte für eine Karte oder für einen Mana, kann ich damit dann sozusagen überbande Mana produzieren. Woran ich mich immer noch erinnere beim Lesen, ist diese Druckerpresse, die die hatten, also wo sie irgendwas vervielfältigen könnten, ist da irgendwas drin, also irgendwie so eine Copy- oder Klon-Geschichte oder so? Die haben eine Druckerpresse. Haben die nicht eine Druckerpresse? Dann haben sie die vielleicht ersetzt, denn in der Hörspielreihe gibt es die Telefonlawine. Ja. Ich weiß nicht, ob es die in den Büchern auch gibt, aber da kommt dann halt Justus, wo war denn das in der ersten Folge, in der das war, jetzt fällt es uns gerade nicht ein, ich habe es noch vor Augen oder im Ohr, aber mir fällt gerade der Name der Episode nicht ein. Jeder ruft quasi zehn Freunde an und stellt die Frage, habt ihr dieses Auto gesehen oder dieses Kennzeichen irgendwo gesehen und die müssen dann zehn weitere Freunde anrufen und nutzen so quasi das Netzwerk der Kinder Kaliforniens, um irgendwie an diese Information zu kommen. Das gab es in den Büchern auch, aber die haben auch ab und zu mal was gedruckt mit so einer Matrize oder irgendwie so einer ganz einfachen Druckerpresse, haben sich glaube ich so Visitenkarten gemacht oder so oder deswegen, deswegen verbinde ich das immer noch so damit, dass die so ganz Ich weiß tatsächlich nicht, wo die Visitenkarten herkommen, die haben sie auf jeden Fall. Es kann sein, dass es irgendwo mal eine Anspielung gibt, aber die ist mir gerade überhaupt nicht geläufig. So eine Kartoffelpresse. Ja, hast du dieses Netzwerk irgendwo abgebildet? Nö. Okay. Nö, habe ich nicht. Nö, nö, nö. Es gibt wirklich so, so viele Dinge, die ich, also vielleicht kommt es auch noch irgendwo rein. Also heute ist mir auch wieder was Schönes eingefallen, was irgendwie gepasst hätte, aber nicht gepasst hat. Genau. Aber wo du gerade schon die Clock of Omens angesprochen hast, ich habe einfach viele andere Artefakte, also als Ramp habe ich die ganzen Rätselsteine reingepackt, einfach weil sie so wunderschön passend klingen zu einem Detektiv-Deck, die auch ganz schön zur Folge 50 der verschwundene Films da passen, wo auch einer rumrennt, der die ganze Zeit irgendwelche Kristalle verteilt. Ja, die sind mit drin, das Vergrößerungsglas ist mit drin, also so ganz allgemeine Sachen, die überhaupt nicht episodenspezifisch sind, sondern so Equipment von den Fragezeichen sind und was natürlich drin ist und ganz, ganz wichtig ist, die drei Fragezeichen, die werden ja die ganze Zeit durch die Gegend kutschiert in einem Rolls-Royce mit einem eigenen Chauffeur, mit Morden, ja, denn das haben sie später nicht mehr, aber gerade in den ersten Episoden, so in den ersten 100 Episoden passiert das recht häufig, dass sie in diesem Rolls-Royce rumgekutschiert werden, weil sie mal einen Fall gelöst haben, den man nie gehört hat in den Episoden, mal einen Fall gelöst haben, wo sie dann eben als Dankeschön ewiges Anrecht auf diesen Rolls-Royce und den Chauffeur bekommen haben und die wird dargestellt durch den Fleetwheel Cruiser, den Turbo-Straßenkreuzer. Ah, ja, hab ich gerade gesehen. Einfach, weil es ein edleres, also irgendwie müsste es irgendwie ein edleres, größeres Ding sein, so wie die Skyship Sovereign oder sowas, aber es ist natürlich ein Luftschiff, das wollte ich dann nicht, also habe ich mir irgendwie das edelst aussehende Auto genommen, Vehikel genommen, was ich finden konnte, auch hier wieder passend natürlich ein Artefakt und es ist golden, denn der Rolls-Royce ist auch komplett aus Gold. Das ist vielleicht ein guter Punkt, um dich mal zu fragen, wo machst du denn dann die, wo ziehst du denn dann die Linie zwischen, das ist jetzt einfach eine witzige Karte, die was repräsentiert, was ich aus den Büchern kenne und die macht jetzt aber auch in meinem Deckplan Sinn. Das ist immer so für mich eine Schwierigkeit rauszufinden, ich fall dann oft in die Kreativfalle und mach eine Karte rein, die zwar lustig ist und gut passt zu der Idee, aber eigentlich total Quatsch ist für das, was ich das Deck will. Ich finde es total schwierig und deswegen hat es auch so ewig gedauert, bis ich dieses Deck gebaut habe. Ähm, genau, weil manchmal hast du eine geile Karte, die mechanisch total Sinn macht und du kommst überhaupt nicht drauf, was soll, also entweder du siehst, die hat nichts mit den drei Fragezeichen zu tun oder du denkst dir so, das muss doch irgendwie passen, weil die Karte so gut ist, ne? Oder andersrum, die hat einen total coolen Flavor, aber die macht mechanisch einfach, ach, irgendwas komplett anderes und ich hatte schon den Anspruch, ein Deck zu bauen, was ich gern spiele und nicht, was ich mal ausdecke, um einen Witz zu machen, sozusagen, ne? Der Witz ist on top. Ja. Na, was heißt on top? Ich will's spielen können. So, sonst macht das für mich keinen Sinn. Das war mein Anspruch. Ich möchte das spielen können und ich möchte es zeigen können und es soll auch powermäßig, zumindest mit den Precons, mithalten können. Das ist vielleicht auch ein guter Hinweis, wenn jemand tatsächlich jetzt zuhört und das Prinzip anwenden möchte, dass, glaube ich, das Pendel immer Richtung Spielbarkeit des Decks schlagen sollte und jetzt nicht, ich erzähle mit 100 Karten eine lustige Bildergeschichte. Und ich sag mal so, es gibt so viele Magic-Karten, ich hab dann einfach auch vertraut, dass ich genügend finde, die in beide Kategorien quasi in Häkchen setzt. Ich hab ganz viele Karten, die sind so Anspielungen auf eine einzelne Episode und ich hab ganz viele Karten, die auf gar nichts anspielen, aber einfach so zum Thema passen. Fact of Fiction, Fakt oder Fiktion. Einfach ein cooler Titel. Also viele Karten, die vom Titel einfach sehr, sehr gut passen. Das Böse entlarven, Nachdenken, bestätigter Verdacht, eindeutiger Beweis, auf Antworten drängen, private Nachforschungen, alle solche coolen Karten, die irgendwie so total gut klingen und wo in letzter Zeit auch einige rausgekommen sind. Also beispielsweise gibt es die gründliche Untersuchung, die ist jetzt gerade in den Commander-Decks von Adventures of the Forgotten Realms rausgekommen und die sagt einfach, immer wenn ich angreife, stelle ich Nachforschungen an und immer wenn ich den Hinweis opfere, dann wage ich mich ins Gewölbe. Was könnte besser zu den drei Fragezeichen passen, als diese Aneinanderreihung von Magic-Worten? Und genau so ist es. Die haben Hinweise, die greifen an, die kriegen Hinweise, die nutzen die Hinweise, um tiefer quasi dem eigentlichen Kern des Geschehens auf den Grund zu dringen und wagen sich in diverse Gewölbe. Das ist ganz, ganz toll. Und als ich gesehen habe, dass die Karte in Ordnerer schwinglich ist und irgendwie ins Budget passt, hat mein Herz einen Sprung getan. Das ist, glaube ich, was wichtig ist, was du gerade gesagt hast, dass man eben auch durch, wie du es dann im Spiel präsentierst und wie du die Karte dann auch einordnest, kannst du auch sehr viele Karten benutzen, die jetzt erst mal auf den ersten Blick nichts mit den drei Fragezeichen zu tun haben. Zum Beispiel sowas wie den Command Tower, was du erwähnt hast, oder die Clue Stones, wo du einfach sagst, der Command Tower, das ist dann auch für alle am Tisch klar, die schlagen es dir am Kopf und sagen, natürlich, das ist die Zentrale und es ist ja super, dass du die Karte im Deck hast oder mit den Clue Stones. Also, dass du dieses Detektiv-Thema, das trägt dann automatisch, ohne dass es jetzt eine direkte Verbindung von der Karte zu den drei Fragezeichen geben muss, allein durch die Einordnung in dieses Gesamtdeck funktioniert es und kommt dann eigentlich sowohl dem Flavor zugute, als auch der Möglichkeit, dieses Deck einen Sieg davon zu tragen. Es gibt ganz viele Karten, die ich gerne im Deck habe, wo ich aber nicht weiß, wie sie die drei Fragezeichen-Geschichte erzählen. Und es ist vielleicht auch ein kleiner Aufruf an alle da draußen, uns mitzuteilen, wie ich diese Karten ins Deck kriege. Zum Beispiel, ich habe hier die Girapur Ether Grid. Das ist ein Enchantment für zwei und ein rotes Ankommen und sagt, ich tappe zwei ungetappte Artefakte, die ich kontrolliere und dann fügt das Girapur Ether Grid einem Spieler oder einer Kreatur meiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Das wäre halt super, weil der Removal insgesamt hier, der ist recht indirekt. Ja, es ist eher so Pseudo-Removal. Ich kann dann auch gleich nochmal so ein bisschen durch die Statistiken durchgehen, aber es ist die drei Fragezeichen, die sind Pazifisten. Deswegen, es ist hier auch Pazifismus drin. Die drei Fragezeichen, die tappen vielleicht oder die bringen zurück auf die Hand oder die legen um auf die Bibliothek, aber nur in den wenigsten Fällen wird hier mal eine Karte zerstört. Und wenn ich sowas halt Flavor-mäßig, Lore-mäßig funktionierend machen könnte, dann würde es der Stärke des Decks natürlich auch auch total helfen. Ja, das Utility Knife, das würde perfekt passen zu, da würde die Illustration perfekt passen zu Peter Shores Dietrich-Set, was er hat, um irgendwo einzubrechen. Es ist aber einfach eine super beschissene Karte. Die ist einfach schlecht. Ich will die nicht spielen. Das war auch mein, 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 Flavor-Fail. Flavor-Fail aus Indica. Das ist, glaube ich, auch ein guter Deck-Building-Tipp, dass man dann jetzt nicht auf Teufel komm raus, auf Tanz in der Teufel komm raus, ähm, alle, alle Karten jetzt super dem Flavor zuordnen muss und dass man dann auch vielleicht tatsächlich zwei, drei Karten drin hat, die das Deck einfach rund machen und spielbar machen und die dann vielleicht erst mit zweimal nachdenken oder vielleicht auch gar nicht nachdenken, äh, den, den Bezug herstellen zu den drei Fragezeichen. Ich gehe mal kurz ein bisschen durch die Statistiken. Für die, die mal hören wollen, wieso das Deck zusammengesetzt ist. Und zwar habe ich natürlich, ganz, ganz wichtig, einige Artefakte, nämlich 17 Artefakte im Deck und einige Artefaktproduzenten 18. Das heißt, ich habe irgendwie 35 Karten, die, wenn sie ins Spiel kommen, äh, ein oder mehrere Artefakte darstellen oder machen. Ich habe 22 Kreaturen, ein bisschen weniger. Ich brauche jetzt nicht so viele Kreaturen, denn meine Commander machen ja ganz, ganz viel Arbeit. Akiri, darum dreht sich ganz, ganz viel. Meine Länder habe ich ein bisschen höher angesetzt auf 38. So, das ist so das, was irgendwie eine Zeit lang empfohlen wurde. Vielleicht ändere ich das, vielleicht mache ich es auch irgendwann schneller, denn Akiri bringe ich ja relativ fix ins Spiel und Glatian, Justus Jonas ist dann so ein bisschen das Ding on top. Der kann im Late Game irgendwann ins Spiel kommen. Ramp habe ich neun. Ramp Karten oder Karten, die ich als Ramp bezeichnen würde sozusagen, die mir irgendwie einen Mana-Vorteil verschaffen. Also vor allem Artefakt-Ramp-Karten und eigentlich keinen Land-Ramp. Ich habe 23 Instants und Sorceries, also 12 Instants und 11 Sorceries. Das sind hauptsächlich Removal und auch ja, zahlreiche Counter, kommen wir gleich noch bei Removal, um eben Akiri, also Peter Shaw, zu schützen. Ich habe Card Draw nicht so viel drin, nämlich nur sechs bis sieben Karten ungefähr, je nachdem, wie man die Karte, wie man den Card Draw interpretiert sozusagen. Das weiß ich noch nicht, ob es ausreichend ist. Ich mache aber natürlich auch sehr, sehr viele Hinweise, die ich für zwei Mana-Tab opfern kann, um eine Karte zu ziehen und ich habe natürlich noch Glazian dann, der mir eben auch eine Karte von der Bibliothek zieht, nicht nur zieht, sondern ich kann sie gerade auch auswählen. Genau, Removal habe ich insgesamt 14 Removal, wobei eigentlich Removal, also wo ich wirklich was zerstöre, nur zwei Karten sind. Ich habe sechs Counterspells, ich habe siebenmal Pseudo-Removal, wo ich Sachen wegtappe oder oben auf die Bibliothek lege und ich habe noch Removal auf Kreaturen, Lavinia spiele ich zum Beispiel, die Kreaturen Detained, quasi inhaftiert, wenn sie ins Spiel kommt, auch noch ein wunderschöner Mechanismus. Ich habe am Anfang viel nach Mechanismen geschaut, die zum Flavor passen, um dann zu gucken, welche Karten haben alle diesen Mechanismus drauf, weil ich dann schon mal einen größeren Pool zur Auswahl hatte. Hast du überlegt, diese doppelseitigen Länder zum Beispiel reinzunehmen, um zum Beispiel zu machen, die drei erforschen was und entdecken dann was, nachdem sie dann an diesen Ort gekommen sind? Das filmen wir jetzt gerade noch rein? Du meinst die Karten, die quasi modale, doppelseitige Karten? Ja, die haben nicht ins Budget gepasst. Okay, und was mir gerade noch einfällt, und das aber hauptsächlich in Grün stattgefunden hat, in Ixalan gab es ja diese Explore-Mechanismus, den Mechanismus, wo du halt ja auch was erforscht, also ein Gebiet hauptsächlich erforscht, aber das passiert halt hauptsächlich in Grün und Schwarz vielleicht. Ist jetzt keine Karte drin, ehrlich gesagt. Ich glaube, habe ich auch mit nachgehuckt, aber muss ich mal gucken, muss ich noch mal gucken, vielleicht gibt es da irgendwas, was noch ganz gut passen kann. Ich bin jetzt hauptsächlich draufgekommen mit diesen doppelseitigen modalen Karten, weil du gesagt hast, vielleicht könnten wir bei den Ländern, da sind jetzt ein bisschen mehr drin, aber dann wäre halt die Möglichkeit, da noch eine Verbindung herzustellen zu einem Spruch oder zu einem Removal, der dann gleichzeitig auch ein Land sein kann, wenn du es brauchst. Das ist im Grunde, das ist im Grunde das Deck. Ich habe natürlich nicht alle Karten erwähnt, schaut euch sehr, sehr gern die Decklist an und ich hoffe, das auch sehr, sehr bald präsentieren zu können im Spiel, im versprochenen Spiel mit Nackt und Rosa beziehungsweise auch herumkommandiert, die ja gemeinsam diese 8-Euro-Challenge sozusagen ins Leben gerufen haben. Die funktioniert mittlerweile technisch nicht mehr ganz so easy. Also was ich gemacht habe, ich habe meine Decklist rübergeschickt zum Kart-Market, habe dort die Karten auf Deutsch-Englisch eingestellt und Qualität exzellent und da funktioniert ja aufgrund des großen Zusammenbruchs von Kart-Market im April oder März diesen Jahres funktioniert nicht mehr die schnelle Anzeige, was quasi der Mindestwert dieser Karte ist, sondern ich musste dann den Einkaufshelfer bedienen und habe dann quasi geguckt, was ist der Mindestwert, wenn man die Karten bestellt und dann kam so, ich glaube, ich habe dann mit denen gesprochen und habe jetzt, das Deck kostet so zwischen 8 und 11 Euro, je nachdem an welchem Tag man guckt und wie viele, wie der Algorithmus von Kart-Market mir die VerkäuferInnen auswählt dafür. Also glaube ich, ganz okay und ich hoffe, es wird sich gut schlagen. Also ich hoffe, genau, ihr guckt da mal rein, das wird bestimmt dann irgendwo gestreamt auf einem der befreundeten Kanäle und vielleicht machen wir dann auch was zusammen mit den anderen Channels. Also ich weiß, dass der Freddy vom Commander-Kompass auch ein 8-Euro-Deck hat und vielleicht machen wir dann einfach mal eine kleine Podcaster-Challenge. Ich wollte gerade sagen, das hat sich gar nicht schlecht geschlagen an dem Sonntag, wo wir es jetzt gespielt haben, also du hast ganz gut mithalten können. Ja, da war ich ein bisschen überrascht auch, ne? Das, als ich das erste Mal ausprobiert hatte, das war ganz cool, aber Akiri ist eine gute Karte und ich denke mal, dass wenn man sich ein Budget-Deck baut, ist es nicht falsch, auf eine Voltron-Strategie zu gehen, also eine Strategie, die hauptsächlich auf den Commander-Schaden irgendwie geht oder eben den Commander stärkt, ähm, denn, äh, ich hab das auch schon beim, bei der Heuschrecken-Gottheit gemerkt, als ich das Deck gebaut hatte, ne? Die hatte ich im Booster, die war damals, keine Ahnung, 10 Euro wert oder so, ist ja mittlerweile auch im Preis deutlich gefallen und, und, und das Deck drumherum, das hat irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 10 Euro gekostet, weil ich einfach nur coole Card-Draw-Effekte nutzen, äh, musste, um dann Insekten mit der Heuschrecken-Gottheit ins Spiel zu bringen, da gemerkt, es ist ein unfassbar starkes Deck, obwohl's, ähm, monetär sehr, sehr günstig ist und hier verhält es sich ein bisschen, ja, ein bisschen ähnlich, ne? Also sobald ich irgendwie eine Common ins Spiel bringe, die zwei, die einen Hinweis macht oder ein Servo ins Spiel bringt oder einen Topter oder so, dann ist schon Akiri gestärkt und es hat mir schon einen zusätzlichen positiven Effekt gebracht, das Ganze. Würdest du sagen, dass Flavordecks tatsächlich immer ein bisschen schwächer sind, weil sie eben nicht so, ähm, ja, unabhängig von, von dem, was sie aussagen, die die stärkstmöglichen Effekt haben? Ich glaub, das liegt in der Natur der Sache, dass du automatisch Sachen ausschließt, die mechanisch stark sind, weil sie eben nicht ins Thema passen, aber, das wird kompensiert durch, durch die extreme Hingabe, die du reinsteckst, um zu den richtigen Karten zu kommen. Du willst natürlich, oder mir ging es so, ich wollte, dass das Deck einigermaßen kompetitiv ist, ne? Und irgendwie noch einigermaßen mithalten kann, aber ich hab komplett ausgeschlossen, dass ich Sachen reinbringe, die ich nicht zurecht biegen kann, sozusagen, ne? Wo mir einfach wirklich nicht die passende Story einfällt. Und wenn du das machst, und du hast ja dann auch nicht den, du gibst ja nicht den passenden Suchbegriff dafür bei Scryfall, wo du irgendwie den Dreifahrerschein-Filter einstellen kannst oder so, du investierst so viel Zeit und so viel Gedanken und Herzblut, dass dann eben auch sehr, sehr viel Herzblut und Herz an diesem Deck hängt, wenn's fertig ist. Und, ähm, ja, ich baue natürlich auch gern mal ein Deck und achte nur auf die Mechanismen, aber ich werd definitiv auch noch ein anderes Deck so bauen. Es macht einfach so ne Freude, ist aber nicht einfach so von heute auf morgen gebaut, finde ich, sondern, äh, es ist was, wo man sich viel Zeit lässt und was man, was wachsen darf. Ist auf jeden Fall sehr schön geworden. Also guckt's euch unbedingt an auf Architect und, äh, wie gesagt, ich konnte schon mal dagegen spielen und, ja, es hat, äh, es hat Spaß gemacht, die Effekte zu sehen und, äh, auch, du hast auch mal schön dazu gesagt, was jetzt der Drei-Frage-Zeichen-Bezug ist, das hat mir auch sehr gefallen und, ja, das war wirklich ein sehr flavor-mäßiges Spiel. Wir können auch sehr, sehr gern noch meine, mein, mein Google-Doc teilen, wo ich quasi jeweils noch mal dahinter geschrieben hab, hinter jede Karte, was der Drei-Frage-Zeichen-Bezug ist. Das machen wir. Dann könnt ihr da auch sehr gern noch mal reinschauen, dass irgendwie Tanz im Herrenhaus, ach, find ich auch schön, ne, so eine richtige verzauberte Villa, Dance of the Mans, was dann irgendwie Artefakte aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringt. Schöne Anspielung auf die Villa der Toten, ne? Klasse, es gibt einfach so Sachen, die, die, die passen so wunderbar zusammen und dann, äh, dann, dann, also, keine Ahnung, kriegen plötzlich Karten einen Spielwert, die vorher, die Ideen vorher nicht hatten, weil der Flavor ist einfach ein zusätzliches Value, was draufgegeben wird und, äh, ja, deswegen sind jetzt so einfache Karten, keine Ahnung, wie, ja, selbst wenn ich die, wenn ich mir die Basics anschaue und nebeneinander lege, dann sehe ich halt jetzt Rocky Beach und nicht mehr Amon Cat und, äh, ja, genau. Das ist ein schöner Beitrag für unsere hoffentlich stark wachsende Reihe von Flavor-mäßigen Deck-Tags und, ja, ich bin froh, dass du den Start gemacht hast mit dieser Idee und, ja, so ein tolles Deck gleich am Anfang. Jetzt bist du dran. Ja, jetzt bist du dran. Ja, ich hatte ja, äh, ich verrate nicht, was ich, was ich hatte, ich stelle es dann einfach vor, wenn es fertig ist, ne? Cool, genau so machen wir es. Dann würde ich sagen, serviere mal die Nachspeise, ne? Genau. Meine Freundin, die ist ja auch großer Drei-Frage-Zeichen-Fan und kennt es auch von den, von den, äh, Kassetten und die hat gesagt, die Nachspeise kann natürlich nur sein Tante Mathildas Kirschkuchen. Und was gehört zum Kirschkuchen? Ne schöne Tasse Kaffee. Guys, dein Auftritt. Ach so, stelle ich Sie's the Bean vor, ja? Wurde ich sagen. Okay. Ja, okay, okay. Ähm, ich hab, ich hab etwas vorzustellen, was nichts, ähm, mit Magic zu tun hat, aber auch aus der Welt der Spiele kommt. Ich hab vor drei Jahren bei einer Kickstarter-Kampagne mitgemacht für ein Brettspiel. Das sind die Besten. Da kommt irgendwann ein Freund und du fragst dich, was ist das? Das Problem war, ich hab, ich hab noch nie bei einer Kickstarter-Kampagne für Spiele mitgemacht. Ah, oder lüge ich da gerade? Ich sag das jetzt einfach mal. Ich hab noch nie bei einer Kickstarter-Kampagne für Spiele mitgemacht und dachte, ich probier das mal aus, ja? Ähm, ähm, hab mir quasi bei Kickstarter das Spiel Sie's the Bean unterstützt und dachte, jetzt probier ich das mal aus und wenn's gut klappt, dann machst du's nochmal. Ähm, vor drei Wochen kam dann das Spiel an und jetzt denk ich mir so, ach, hat gut geklappt, machst du nochmal. Äh, Sie's the Bean. Ich muss es einfach erzählen, erwähnen, vorstellen, dieses Spiel. Schaut es euch an. Dieses Spiel versetzt die SpielerInnen in die Lage von Baristas, die sich selbstständig machen und ihr eigenes, ja, Kaffee eröffnen und dann im Wettstreit miteinander die besten Google-Bewertungen sammeln. Und sie machen das in Berlin? Ja, genau. Das Ganze ist lokalisiert in Berlin. Gemacht ist das Spiel allerdings nicht von Berlinern und BerlinerInnen, sondern von, ja, Zugezogenen, wie man hier sagt, so wie ich ja auch ein Zugezogener und du ja auch ein Zugezogener Berliner bist, wie, glaube ich, ja, gefühlt 95% der BerlinerInnen und quasi Leute aus Spanien und aus, ich glaube, aus den Staaten, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, und die haben einfach wunderschön mit ganz, ganz tollen Illustrationen einen netten Kommentar auf die Kaffeekultur Berlins gesetzt und haben das, haben dann nicht nur ein nettes Spiel gemacht, ich konnte es noch nicht spielen, aber ich muss es vorstellen, weil das Spielmaterial unfassbar tasty ist, ja, nicht nur, dass das Thema tasty ist, im Sinne von Kaffee als Gaumengenuss, sondern es sind so kleine, drei kleine, samtene Stoffsäckchen dabei und in dem einen sind quasi so kleine Counter, kleine Marker drin und zwar Würfelzucker und das ist so Plaste, was tatsächlich so aussieht, wie Würfelzucker, so ein bisschen Transparenz auch. wie weißer Würfelzucker und es gibt auch noch braunen Würfelzucker und dann ist ein anderes Säckchen dabei und da sind Milch-Counter drin, wenn du so möchtest, in Form von so kleinen, hölzernen Milchpappen, Tetrapaks. Dann gibt es noch in einem anderen Säckchen Kaffeebohnen, die so täuschend echt aussehen, natürlich aus Plastik sind, aber ganz, ganz toll gefertigt. Dazu gibt es dann noch so einen Kaffeelöffel, mit dem man die Kaffeebohnen aus diesem Säckchen rausschöpfen kann quasi, auch wieder ein Marker für was anderes. Das soll noch nicht genug sein, dann ist quasi noch zusätzlich so eine volle, so eine Miniatur-Kaffeetasse drin und eine leere Kaffeetasse. Ich muss noch herausfinden, was das Zeug alles macht. Ich habe das gerade erst bekommen. Und es ist gigantisch. Dieser Karton ist gerammelt voll. Das ist ein zweieinhalb Kilo Spiel. Die Spielregel heißt Getränkekarte natürlich und die für die Erweiterungen, die beigelegten Spielerweiterungen, Spielvarianten heißt Snackkarte. Es ist wunderschön durchgestaltet. Es ist mega on theme. Es ist der Flavor, der tropft aus allen Ecken und Enden und ist ein Spiel, was ich schon deswegen jetzt in mein Herz geschlossen habe und wofür ich Werbung machen möchte. Schon allein auch, weil es ein cooler, neuer, junger Spieleverlag ist, der das Ganze macht, die ein paar Sachen anders machen möchten, ausprobieren, viel Style in ihre Spiele mit reinnehmen, was viele Brettspiele immer noch mehr vertragen können. Und deswegen schaut euch an. Seize the Bean. Wird es im Handel geben? Also nutze es, ne? So was wie jetzt Seize the Day. Nutze den Tag, nutze die Bohne. Jaja, das gibt es im Handel. Bestellt es euch. Bestellt es euch nicht über Amazon. Geht in euren Spieleladen und sagt dort Bescheid, dass ihr das Spiel spielen wollt und dann kriegt ihr das. Ich weiß nicht, ob es alles von dem Spielmaterial gibt oder ob Teile davon es nur für den Kickstarter gab. Ich habe auf jeden Fall nur die Standard, quasi das Basic-Spiel gezahlt. Für die Leute, die noch mehr investiert haben, die haben noch so kleine Croissant-Tokens als kleine gebastelte, kleine 3D-Croissants und kleine Donuts und so. Und als ich das gesehen habe, da wurde ich schon ein bisschen neidisch und habe schon geguckt, wo ich das noch herkriegen kann. Aber es scheinen nur die Backer bekommen zu haben. Also nicht die Backer. Sondern diejenigen, die das Projekt gebackt haben, die dann auch entsprechend mehr Geld bezahlt haben. Sehr schön. Also wunderschön. Eine hingebungsvolle Kickstarter-Kampagne haben die gemacht mit sehr, sehr vielen großen, langen Updates zwischendrin. Und ich habe mich in diesen, ja doch sehr lange, drei Jahre Wartezeit ist schon sehr, sehr lang, habe ich mich nicht, habe ich mich immer gut betreut gefühlt von denen sozusagen. Also das war, das war wirklich gut und haben dann auch irgendwann, keine Ahnung, die, die GPS-Daten irgendwie von dem Schiff, mit dem es irgendwie, mit dem die Spiele dann verschifft wurden, nach Europa und so rausgegeben. Die Evergammon war es nicht, aber ein anderes Schiff, was dann daraufhin ein bisschen Verzögerung hatte, auf jeden Fall. Genau. Was für eine flavormäßig tolle Folge, von Anfang bis Ende, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leute, kommt auf Twitter, folgt uns auf Twitter, sprecht mit uns auf Twitter. Ihr findet uns dort unter at tasty-mtg und ich möchte von euch hören, welche Karten vermisst ihr in diesem Deck, in meinem Drei-Frage-Zeichen-Deck? Welche Karten findet ihr irgendwie vielleicht sogar nicht so passend und würdet ihr ersetzen? Und ja, was habe ich vielleicht total übersehen? Was sind eure Lieblingsfolgen? Was sind eure Wartos-Themendecks? Oder auf welche Decks habt ihr jetzt Lust bekommen, vielleicht die ihr basteln wollt? Schreibt es uns. Wir werden auch ein paar Posts einfach zu dieser Folge machen. Da könnt ihr es dann einfach als Kommentar drunter hängen oder schickt uns eine Nachricht. Wir freuen uns extrem auf alles, was da kommt. Und wenn euch die 280 Zeichen bei Twitter nicht reichen, dann schreibt einen Kommentar auf www.tastymtg.de Unsere Website, wo ihr alle Folgen auch nochmal nachhören könnt, wo ihr Transkripte zu den Folgen lesen könnt, wo ihr tolle Kapitelbilder zu den Folgen sehen könnt und weiterführende Links zu einzelnen Karten und zu allem, was wir hier erwähnt haben und was ihr nochmal ansurfen könnt. Nice. Wenn euch das getaugt hat, diese Folge und auch die anderen, die ihr hoffentlich alle gehört habt und wenn nicht, tut es bitte, dann hinterlasst uns gerne irgendwie einen, keine Ahnung, auf welcher Plattform ihr gerade seid, einen Plus nach oben, sechs Sterne, eine gute Bewertung auf Google Maps. Hinterlasst uns was. Wir freuen uns, es sorgt dafür, dass andere Leute diesen Podcast sehen können und vielleicht noch mehr sich zu ihren Themen-Decks austauschen können. Genau. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder, bevor dann in 36 Tagen, wie ich vorhin gelernt habe, schon das neue Set kommt, aber davor machen wir noch eine Folge. Und was wir da machen, das überlegen wir uns und ihr hört es beim nächsten Mal. Das war schon schön zusammengefasst und auch wichtig, nochmal als Information rauszugeben. Genau. Dann nochmal vielen Dank, Geis, und mach's gut, bis zum nächsten Spielabend und zur nächsten Folge euch alle da draußen. Bis bald. Tschüss. Yoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo Untertitelung des ZDF, 2020